Hallo und willkommen zu meiner Video-Vorlesung Mathematik für Wirtschaftswissenschaften. In diesem ersten Video gebe ich eine kurze Einleitung und einen Überblick über das, was wir in den nachfolgenden Videos behandeln werden. Hier sehen wir die behandelten Themen. Die ersten drei Kapitel fallen dabei in das Themengebiet Analysis, also die Diskussion und Verwendung von Funktionen. Die werden wir im Kapitel 1 nochmal kennenlernen, einen kurzen Überblick machen und sehen, wofür man die in wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen speziell verwenden kann und werden dann die üblichen Dinge machen, Differenzialrechnung, insbesondere auch Optimieren und Integralrechnung. Danach, in Kapitel 4, wird es gehen um elementare Finanzmathematik. Da geht es also um Wachstum, entweder durch Verzinsung oder durch Zahlung oder durch beides, also Zinsrechnung, Rentenrechnung und Zahlungsströme werden dort behandelt. Das Kapitel 5 behandelt Matrix-Algebra, das Rechnen mit Vektoren und Matrizen. Das ist, denke ich, für viele von euch noch neu, in der Schule noch nicht behandelt worden und klingt aber irgendwie abstrakter, als es wirklich ist. Vektoren und Matrizen werden also verwendet, um eine Ansammlung von Zahlen zu haben und nicht nur eine Zahl, mit der weitergerechnet wird. Und das brauchen wir dann insbesondere für das Kapitel 6, die mehrdimensionale Analyse ist. Wenn wir also Funktionen behandeln wollen, die nicht nur von einer, sondern von mehreren Variablen abhängen wollen und zum Beispiel solche Funktionen von mehreren Variablen dann optimieren wollen. Zum Abschluss kommt dann noch das Kapitel Wahrscheinlichkeitsrechnung, was insbesondere eine Vorbereitung für die nachfolgenden Statistik-Lehrveranstaltungen ist und dafür benötigt wird. Das Lehrbuch, auf dem alles basiert, ist das Lehrbuch von Walter Böhm, Mathematik für Wirtschaftswissenschaften, was also an der Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt wurde und verwendet wird und im Prinzip beim Management-Book-Service in Wien bestellt werden kann. Sollte jemand Interesse haben, das zu machen, das nicht schaffen, das ist nicht ganz so einfach, das von dort zu bekommen, lasst es mich einfach wissen, dann helfe ich gerne. Als Lernunterstützung gibt es auch einen Online-Kurs an der Universität Innsbruck, wo diese Lehrveranstaltung eben gehalten wird. Alle Materialien sind aber auch über einen freien Gastzugang zugänglich. Dort gibt es also zum Beispiel die Folien als PDF und interaktive Musteraufgaben und Selbsttests. Das zeige ich gleich noch mal her. Der Link steht hier, kann auch von meiner Webseite, die ganz unten eingeblendet ist, leicht erreicht werden. Das zeige ich gleich noch mal. Zuletzt noch ein Hinweis zur Software, die ich ab und an verwenden werde, nicht regelmäßig. Das ist R, eine Statistik-Software, die vielleicht nicht die naheliegendste für eine Mathematik-Vorlesung ist, aber als Vorbereitung für die nachfolgenden Statistik-Kurse auch hier schon verwendet wird. Der große Vorteil von R ist, es ist frei verfügbar. Unter der GPL ist Open Source und kann von CERAN heruntergeladen werden. Außerdem werden wir RStudio als eine nettere Benutzeroberfläche verwenden, ist ebenfalls Open Source, um von dieser URL herunterzuladen. Mein Name ist Achim Zeileis, bin am Institut für Statistik der Universität Innsbruck. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr natürlich hier am YouTube-Kanal mir Kommentare hinterlassen, mir eine E-Mail schreiben oder mich auf Twitter kontaktieren. Gut, und dann zeige ich jetzt noch kurz her, dieses hier ist meine Webseite. Wenn man dort auf Teaching geht und Mathematik, ist dort die Information zu dieser Lehrveranstaltung an der Uni Innsbruck eben eingeblendet. Und da gibt es den Link zu der OLAT-Lernplattform. Und da muss man sich entweder einloggen für diejenigen, die einen Account haben. Die, die keins haben, können das auch über einen Gastzugang machen. Und dann ist man also schon im Kurs drin. Und da gibt es verschiedene Informationen, die hauptsächlich relevant für die Studierenden der Uni Innsbruck sind. Aber in Ressourcen gibt es dann die ganzen Vorlesungsfolien, wer sich die runterladen möchte und zum Beispiel am Tablet haben möchte oder Ähnliches. Und dann gibt es zum Üben auch diese interaktiven Musteraufgaben und Selbsttests. Ich gehe hier zum Beispiel mal in die von Kapitel 1 hinein. Und da sieht man dann, dass es eine Reihe von Aufgaben gibt, eine kurze Beschreibung. Und in der Regel sind das numerische Aufgaben, wo man ein Ergebnis eintragen kann und abschicken kann. Und hier haben wir jetzt nicht das richtige Ergebnis eingegeben. Und dann wird mir der richtige Lösungsweg eingeblendet. Und das kann also dann gut als Ergänzung zu diesen Videos verwendet werden. Das war es auch schon. Weiter geht es dann in den nachfolgenden Videos. Viel Spaß!